Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play, Clash of Kings. So, jetzt laden wir kurz. So, ja jetzt werden wir mittlerweile anstehen. So, jetzt werden wir ein paar Ideen anstehen. So, jetzt ist ein Teil. Oh, das ist ja es, immerhin. Oh, da haben wir ja mal ein paar Ideen, das ist es so spannend. So, jetzt stehen wir mir auch so. So, jetzt schauen wir es. So, jetzt sind unsere Ideen. So, jetzt gehen wir das hier auf die pray-Gedina, und dann sehen wir das. ja und es gibt auch ja ja ab und ich krieg jetzt hier schon kiegt Feiner Offi-Schocki! Ey, jetzt komm! Jetzt gib mir drei Stück! Ey! Jetzt gib mir drei Stück! Nein, das ist besonders. Wenn du mir nicht drei gibst, bist du ein Assi! Jetzt gib mir! Nein, das ist richtig! Okay, dann machst' noch ein Stück Plastik, damit ich's auflegen. So, sonst schmilzt sie auf meinem Tisch, ich kann sie nicht jetzt essen. Weil, einer hat mal geschrieben, dass beim Schluss, dass ich mal geschmatzt hab, und der aggressiv wurde. Von dem her kann ich nicht hier während dem Let's Play essen. Ähm! Nein! Sorry, dass ganz falsch vergehen, da hab' ich wieder denerrisiert! AAAAAAAH! Das will die Ruhe! Ja, es lauft weiter! Ey, jetzt, jetzt hau ab mit deiner Office-Show! Echt? EYYYYYYY! Jetzt abflug' hier! Nein! Mach die Tür zu! Ich frage nach den Stärken, sage ich professionelles Couching und 10 von 10 antworten, dass es einfach nicht der Trauer wird. Ich glaube nicht, ich bin ein Band, das Lektion kommt für Filme und Serien, die Mittags um 4.16 Uhr kommt. Du, ich versuch's, demnächst werde ich mal rausgehen, aber vorher kein Besuch, Digger, ich muss auch erst mal aufstehen. Ey, yo, das geht mir zu schnell, was ist für ne verrückte Welt, ich muss nicht wegessen, kann man heute bestellen. Und wenn ich weiterhin in Symbiose mit der Couch hingehe, hab ich noch wie viel Lust, warum sollte ich laufen gehen? Ey, yo, das geht mir zu schnell, was ist für ne verrückte Welt, ich muss nicht wegessen, kann man heute bestellen. Und wenn ich weiterhin in Symbiose mit der Couch hingehe, hab ich noch wie viel Lust, warum sollte ich laufen gehen? Jeden Tag wieder, dasselbe Prozene, wenn mein Handy klingelt und ich hab keine Bock, um zu gehen, denn mein Leben gleich der Wiederholung in der Serie, die ich schon gesehen hab. Und deshalb begeh ich hier auch jedes Mal dieselben Fehler, vertreten wir, sind wir Menschen doch gewohnt als Direkt, ich bin schön, das Bizzakrat aus dem Teil meiner Wohnungszirren verbiegen. Ist mich gut verändern, wär ne Variante, leider bin ich zu voll, um irgendwann damit anzufangen. Gedanken hin und her, doch nicht in die Tat umsetzen, lieber warten, dabei erst mal das Programm auf Arte checken. Mag versteckend wirken, wer man auch auf der Suche ist, doch was, wenn es in des Lebens die Gemütlichkeit zum Gute liegt. Hört jetzt auch aufs Verbindel, ist es dir zu langweilig, fühl ich mich dabei meist gut und ruhig, ich geb mich dir noch ein zweiter Schauschen Bier, es ist ein anderer, wenn ich noch mal nach draußen komm. Und wenn ich weiterhinde Symbiose mit der Couch reingeh, hab ich noch WeFood Plus, warum sollte ich laufen gehen? Ja, und der Allianz ist zwar nicht der Welt, ich muss nicht wegessen, kann man heute bestellen. Und wenn ich weiterhinde Symbiose mit der Couch reingeh, hab ich noch WeFood Plus, warum sollte ich laufen gehen? Ey, und es geht mir zu schnell, was für ne verrückte Welt, ich muss nicht wegessen, kann man heute bestellen. Und wenn ich weiterhinde Symbiose mit der Couch reingeh, hab ich noch WeFood Plus, warum sollte ich laufen gehen? Und wenn man dann auch die Heilige Allianzbruch eröffnen, die Belohnungen sind jetzt nicht die besten, aber sie sind doch ganz akzeptabel. Aber es gab schon bessere Belohnungen, kann man immer wieder sehen. So, hier haben wir dann nochmal mehr. Oh, was wird denn schon? Oh, yes, 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 yes. So. Schön. So, jetzt gibt es noch ein paar neue Grafiken, Symbiose, wenn man jetzt mit Gold schenkt. Ja, die Goldgeschenke sparen ich genau, wenn ich mal Gold kaufen möchte. Ja, falls ihr euch die Fakt von 54 Millionen Holz habt, ich wollte eigentlich, äh, äh, zu sagen, einmal 61 Millionen, schon nur 61.000 aufmachen, habe ich nicht verdrückt, sondern auch 61 Millionen. Aber zum Glück, das sind jetzt neue, ja nicht für auch gesicherte Ressourcen, das sind neue, die jetzt schon länger. Das sind ja gesicherte Ressourcen, von dem her passiert die Lebensmittel, die passiert die Lebensmittel. Und, ja, sonst gibt es sonst was Neues, ja, ich muss ja meine Truppen heilen. Ich könnte auch sie dann mal zurückholen und dann in die Mine schicken, aber ich mach das dann lieber später, weil sonst unten in der Mitte dann zu Hause und wir uns jetzt nochmal angreifen, Leute. Aber, nein, aber schau, hier auch noch, die zwei Größenallianzen haben sich jetzt, äh, getroschen. Oh, das könnte ich ja schon. Ah, ja, genau. Oh, ja, schon auch noch ein Konzept. Ah, Christus, gut, das ist gut. Oh, ja, hier. Seht ihr, MFH hat nur noch 137 Millionen Kraft und NWU 24, 22. NWU hat immer MFH gekriegt und die, äh, in Anführungsverschluss, die treu-miklinen sind dann ab, ham sich verteilt zu deeren, ein TBCH, t existed. Italia criminali, TK, Co, was auch immer. drin ist ja verteilt. Und, ja, und diese Tante, schon wieder bei mir. Was ist jetzt ein Problem? lehnt jetzt gehe weg so ist es schon wieder da meine nervige Schwester direkt ein echt aufmacht er geht es gehe weg so um nur zu entstehenden zwischen fünf Prozent eine Art er als gefördert diese Bahn an der Lecker und Allianz Gebiet aber größer machen die 6 6 gezügelt und danach waren und er hat damals in Nachbarn und ja jetzt kommen zu dem um zum Schocken wir haben wir können auch König erschaften dass das König erst ab mit 15 Uhr waren er machte es sich zwar wenn sie aber wir haben gewonnen Achmed ist jetzt hier ein König von dem Königreich und dann kriegt die Allianz so kriegt unser Königreich so Belohnungen und so und ich komme auch noch nicht ganz draußen auf jeden Fall ja bei uns wir können auch in 100 Stunden West dort wenn ich genau zielt es ist nicht ein wie sonst ein Armort Torso okay Nia gibt es sonst noch was ja dieses Blumen-Ding das weiß ich gerade selber auch nicht was das sein soll und ja ich würde sagen wir sehen uns zur nächsten Folge äh bis zum nächsten Mal Eugenie 0305 Tschö Leute